Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde vom Poly Bridge. Jo, wir waren jetzt hier stehen geblieben. Wir locken uns gleich da ein. Okay, eins muss hoch, zwei da, drei da ein. Fahren wir alle gleichseitig. Ja. Bitte ja, sehr gerne. Wie aber noch ein paar. W Ey, du bist wieder. Oh, ich würde ganz schön. Willkommen. Ich werde mit meinem Ihr Schuchzen. So, dann machen wir hier mal wieder ganz viele Dreieckereien. Aber sicher schaffe ich das, sicher. So, das fällt bestimmt zusammen. So, jetzt aber. Der Hucke gefällt mir da nicht. Okay. Das sieht ja schon gar nicht mal allzu schlecht aus. Der springt durch hier. Okay. 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 Und hier die Hydraulikreiins repente. Stahlträger 4 Stück. Und hier wieder weg. Jetzt sind hier Kreuzerei. Kreuz... Drei Ränge. So, das sieht doch jetzt ein bisschen schicker aus. Glaube ich zumindest. Ah, so viel. Das war so vieles Gute. So geht's aber. Das geht so nicht. Der muss nicht hoch. Krass. Das piept wieder hoch. Kleine Wackenkontakt. Aber nur ein klein. Das war ja vielleicht auch ein bisschen größerer. Ja. 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 So Leute. Sag mir mal. Wie sieht das aus? Gut oder? Ich sag mal, es sieht gut aus. Das könnte auch nicht passen. Höflich bestimmt soweit. Was stehe ich da? Ja. Das geht nicht so. Ja. 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 jetzt aber jawohl und du spring bitte richtig hoch nein zu wenig aber es geht keiner unter es gibt viel sachen die keinen Sinn machen traurig du hast den längsten aber hier Komm schon, komm schon, komm schon, aber er sieht schon mal gut aus, wenn er nicht weggebrochen Ja, da braucht ein bisschen mehr Stahl, auch mehr Stahl, nein, das war so viel Stahl Und, wie geht ab? Wie gesagt, da kommt nicht hin, da fliegt Venom vorher runter Das ist zu stark Das ist ein bisschen zu stark Dann machen wir mal nur 40 So, 40 Schauen wir jetzt, wie das aussieht Also, es sieht schon mal gut aus Aber, ist irgendwie nicht das wahre Hey, warum nicht? So, Hydraulik Das klappt nichts, lasst nichts klappen Oh, habt ihr gesehen, wie der im Wasser gegangen ist? Heftig So, aber jetzt Komm schon Na, hä? Soll nichts geändert Wo kommt der Bus da jetzt? Ach so, der hängt da nicht durch Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Dann hängt da jetzt wieder ein bisschen durch Ah, das ist weg Und? Schöner Seite Und Zeigling Es ist weg Du hast es gleich Na gut, dann nicht. Starr. Nice. Ach, genau. Der Bus darf nicht springen. Wofür sind die Punkte da unten? Das verstehe ich nicht, ob die Punkte da unten sind. Was haben die Punkte da so bedeutet? Ich probiere mal ein bisschen weiter hier aus. Und ich würde sagen, die Lösung werdet ihr morgen sehen. Ich hoffe euch hat die Folge bis hierhin gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir mit mir am nächsten Mal wieder weiter sein. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.